Moin Leute, herzlich willkommen zum ersten Level für den heutigen Tag und das nennt sich Paluten-Survivor 3 und ist von JoyMC. Paluten-Altes Haus, mir ist aufgefallen, dass Survivor immer falsch geschrieben habe. Okay, da ist irgendwas grammatikalisch nicht richtig, ist aber auch Banane. Sorry dafür, lass nicht lange fackeln und fang an. Viel Glück, JoyMC. Nicht runterscrollen. Kommt hier gleich ein Penis. Oder, nein, Paluten ist der Beste, ja, da bin ich mir nicht ganz so sicher, aber nichtsdestotrotz, ups, verdammt, verklickt. So, Paluten-Survivor 3, so. Wir müssen uns ja auch immer so ein bisschen beeilen, obwohl, wer das liest, ist doof, ja, und wer liest das Paluten. Ja, wir müssen uns ja eigentlich gar nicht mehr so beeilen, denn es kommt zwar neue Levels dazu, aber es ist jetzt nicht, ja, es sind nicht in Anführungszeichen so viele, dass das wieder so krass wird, dass wir innerhalb eines Tages irgendwie zwei Seiten haben. Und da ist der erste Victory. Und vor allen Dingen, da ist auch die erste WhatsApp-Nachricht. Und da muss ich mal kurz mein Handy... Oh, okay, ich hab getroffen, ich hab's aufs Bett geworfen. Huh, Glück gehabt. Denn das eine Mal hatte ich das ja weggeworfen und da ist es leider ein bisschen auf dem Laminat gelandet. Aber es ist nur zur Info, das hat es überlebt. So, dann danke an Joy. Weiter geht's mit Paluten-Rope-Swing 1 von Ex-Do. Paluten, mein erstes Rope-Swing für dich. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Hau rein. Gut, dann werden wir uns hier mal runterstürzen und verkacken es natürlich. Okay. Oh, das sieht... Nein, das gibt's doch nicht. Bei einem Rope-Swing zu viel... Nein, zu viel Schwung. Warte mal, jetzt einfach früher abspringen. Ne, wir sind einfach... Was ist denn los? Wir müssen irgendwie ganz, ganz falsch abspringen. Na, warte. Wir müssen erst... Warte, jetzt müssen wir erst mal den Anfang hier... Warte, okay, jetzt aber... Oh, yeah. Und jetzt, Ali. Wir springen... Das kann doch nicht sein. Dass wir hier dieses Ding einfach fast überspringen. So. Ich lass doch... Ich hab das Gefühl, ich lass irgendwie im perfekten Moment immer los. Okay, warte, jetzt lass ich jetzt. Oh, das sieht gut aus. Das könnte... No! Okay, warte, warte, warte. Wir halten uns einfach hier fest. Oh nein, hier reißt uns doch gleich der Arm. Oh! Bonkers. Das ist irgendwie... Ein bisschen korrupt, würde ich mal sagen. Warte mal. Ich lass mich doch hier... Oh, oh, das könnte... Das ist... Das sieht gut aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht... Bananorama-mäßig aus. Jetzt müssen wir nur noch... Nein! What? Was war denn? Was? Habt ihr das gerade gesehen? Es lief wirklich perfekt. Es lief traumhaft. Und dann auf einmal so... Keine Arme mehr. Ja, ja, ja. Ganz, ganz, ganz großes Kino hier. So, Jump. Warte mal, wir können... Ja, man schafft es so, indem man einfach das Ding überspringt. Das ist auch nice. So, wir haben alle Arme. Wir haben noch alle Arme. Wir haben zwar noch alle... Na okay, einer ist wieder abgeflogen. Warte mal, hier machen wir das einfach wieder so. Wir springen einfach viel zu weit. Bitte, bitte. Das geht schlecht. Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Na, oh komm schon. Wir würden es doch einfach so schaffen. So, komm schon. Zack. Ja, ja, ja. Aber dieses... Eckstopp. Was ist hier los? Was ist hier los? So, warte, warte, warte. Ja, ja, genau, genau, genau. Ey, ich kriege das heute nicht mehr hin. Wir schaffen es aber auch präzise, einfach mega schlecht zu landen. Ich hasse dich, Happy Wheels. Und, warte mal. Was drücke ich denn immer? Ja, das... Okay, Leute, ganz ruhig. Wir schaffen das heute noch. Aber nicht in diesem Leben. Oh Gott, das gibt es nicht. Und jetzt stotzt doch nicht dagegen. Was ist denn heute los? Und jetzt sind wir zu langsam. Was ist denn... Ach, ich kriege hier noch einen Herzkasper oder so. Ja, und wie wir einfach perfekt so aufkommen, dass wir mit dem Oberkörper dagegen prallen. Das ist doch alles hier wieder... Oh, jetzt. Oh, das sieht gut aus. Könnte das der Victory werden? Könnte das der Victory werden? Komm schon. Genau. Wir sind einfach zu langsam. Wir sind einfach zu langsam, Happy Wheels. Was ist denn los? Das macht mich schon wieder ein bisschen... Ne, nicht aggressiv. Und wuschig ist auch das falsche Wort. Egal. Ihr wisst aber, was ich meine. Es nervt mich einfach, dass ihr... Was ist los? Was ist los? Es gibt es doch nicht. Okay, warte mal. Nein, warte. Das ist jetzt der Last Try. Jetzt. Oh, das sieht perfekt aus. Oh, Leute. Flieg, 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 verdammt. Okay, last try. So. Oh, Leute. Nein, bitte. Lass deine Arme... Nein. Yes. Oh, yeah. Oh, yeah. So. Nein, das ist doch... Ach, Happy Wheels. Ich denke, wir haben jetzt viel, viel Zeit in dieses Level. Ein bisschen, wie wir es einfach nicht gebacken bekommen haben. Aber war auf jeden Fall ein schönes Level. Es war auf jeden Fall machbar. Das ist ja klar. So, danke an X-Dope. Weiter geht es mit Spider Parks. Der macht jetzt auch regelmäßig Level. Das freut mich. Hi, Paluten. Du musst nichts machen. Trotzdem viel Spaß. Gruß Spider Parks. Oh, ich muss nichts machen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Dann kann ich mal so ein bisschen... Hier, ich hatte mir an der Tanke... Magnum Gold gekauft. Aber ich muss sagen, das Ding hat 2 Euro gekostet. Und ich war ein bisschen enttäuscht. Ich esse normalerweise sonst auch kein Magnum. Aber das war irgendwie... Ich weiß nicht. Okay, an der Tanke ist es sowieso immer teuer. Und man sollte prinzipiell nichts an der Tanke kaufen. Außer vielleicht Sprit. Aber... Oh, da schon der Victory. Genau 24 Sekunden. Nice, nice. Danke an Spider Parks. Weiter geht es... Oh, ein Gravity Level von Rocks. Herrlich. Paluten Gravity Elf. Hey Paluten vorweg. Zwei gute Nachrichten. Das Level ist nicht allzu schwer. Ja, aber das ist... Leute. Leute, ich spiel das. Selbst wenn das Level nicht allzu schwer ist. Dann schau... Zweitens. Da die Gravity Levels nicht allzu... Nicht allzu viel Freiheiten bezüglich Levels kreieren haben, neige ich... Neigt sich die Serie zum Ende zu. Eine andere wird sie ersetzen. Nämlich... Sorry, the maximum number of charges reached. Hau rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er uns da nicht gerade angelogen hat. Also mit dem Maximum Dingens is reached. Ja, also ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine ziemlich nice Reihe. Obwohl ich teilweise sagen muss, dass ich sie nicht vermissen werde. Das klingt jetzt irgendwie blöd oder so. Ist aber komplett anders gemein. Die Levels sind gut kreiert, aber ich krieg's hier meistens einfach nicht gebacken. Daran liegt's einfach. So ein Biker Level von Rocks. Die packe ich dann wenigstens mal. Und guck mal, wie wir hier oben schon strugglen. So, ich will doch... Genau, genau, genau. Oh. Das war schon wieder so knapp. Äh. Das ist... Ja, 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 genau. Oh, bumm. Schokolack. So, es ist nicht allzu schwer. Drehung, Drehung, Drehung. Einfach nur rückwärts fahren. Perfekt. So, Drehung, Drehung, Drehung. Drehung. Nein, okay. Das schaffen wir gleich. Warte, 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 warte. Wir ganz ruhig. So, und alle. Hopp. Alle, hopp. Alle, warte, warte. Oh, nein. Unser Sohn. Ja, der Sohn war eben... Nein, nein, bitte. Oh, das ist der Typ. Ja. Das ist immer toll, wenn man mal so ein Level von Rocks auch schafft. Also, in Sachen Gravity. Da hatten wir, wie gesagt, schon die ein oder anderen Mega-Fails. So, Paluten Spike Fall von Rocks. Und ich möchte noch mal sagen, Leute. Viele schreiben immer noch, hey, da ist ein Rocks-Faker. Nein, das sind beides seine Accounts. Das ist ein zweiter Account. Ich sehe das, dass das zwei verschiedene Namen sind. Aber irgendwie seht ihr das nicht, dass ich das schon mal angesprochen habe. Ihr wisst schon, ne? Egal. Paluten Spike Fall. Hey, Paluten. Es ist kein Spike Fall. Naja, du wirst schon sehen, was auf dich zukommt. Noch ein Tipp. Grün ist sicher. Viel Spaß. Hau rein. Dann schauen wir doch mal. Wir fahren. Wir fahren immer noch. Wir fahren hier gegen die Wand. Okay, gut. Ja, Moment. Sind wir... Okay, warte, wir müssen noch mal neu machen. Okay, warte, 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 warte. So, grün ist sicher. Dann sollten wir uns mal in die Mitte positionieren. Genau, stopp, stopp, stopp. Oh, ja. Und was müssen wir jetzt... Oh, genau. Jetzt müssen wir wieder schnell reagieren. Oder auch nicht. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Oh, okay. Wir sind direkt bei der richtigen Sache. Okay. Das ist nice. Also, das gefällt mir richtig gut. Nein! Was? Das ist doch... Das geht... Ey, Happy Wheels, du willst mich doch echt verkackeiern. Das gibt's doch nicht. Boah, was war das denn? Ey, komm schon. Wegen so einem Mist müssen wir das... So, warte mal. Hier war das genau. Und das andere ist dann weiter rechts. Da fallen wir runter. Und dann kommen diese Spikes und töten uns. Wie soll man denn so wirklich noch an den Happy Wheels Gott glauben? Kann man das mal jemand sagen? So, das fällt jetzt einfach runter. Und wehe, das spießt uns wieder auf. Halleluja. Bum, 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 bum. Victory. Oh, yeah. So, danke an Rocks Pandemic 1318. Hey, ich weiß, das Level ist schlecht. Ich wollte nur mal den Level-Editor testen. Ach ja. Kannst du nicht jeden Tag Happy Wheels hochladen? Hududu! Nee, ich denke, das ist eine gute Regelung mit alle zwei Tage. Denn ansonsten kommt mir das auch zu... Also, ich weiß nicht. Ich denke mir dann einfach, wenn ich das wieder jeden Tag... Oh, alter Schwede, ist das Level gerade abgestürzt? Und wenn ich das jeden Tag bringe, dann würde mir auch irgendwann auf jeden Fall die... Oh, yeah, das ist der Victory. Ich weiß zwar nicht wie. Aber ich denke, dann würde mir irgendwann die Lust an Happy Wheels vergehen. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und was ist denn jetzt hier? Oh, nein, ey, ganz ehrlich. Och, Leute. Das tut mir jetzt wirklich leid. Aber ich komme hier nicht mehr raus. Dafür kann ich jetzt wirklich nichts. Und das Problem ist, ich kann hier auch nicht nochmal irgendwas ändern. Ich kann nichts mehr drücken. Und wenn ich die Seite jetzt neu lade, dann ist das ganz, ganz große Problem, dass ich erstmal wieder Paluten eingeben muss. Und das dauert auch immer locker nochmal fünf Minuten. Aber warte mal. Ich nehme jetzt ja ausnahmsweise mal früh auf. Wir haben es gerade mal 12 Uhr. So, wir machen das nochmal schnell, damit wir gleich nochmal ein Level spielen können. Dann sieht, das ist jetzt einfach da mal ein paar Looten hinter den Kulissen. So, dann gehe ich immer so, warte hier, Loading Sounds. Sitze ich hier immer so. Tschu. Tschu. Komm schon, komm schon, komm schon. Habe ich noch irgendwas auf meinem Schreibtisch, was interessant sein könnte? Nein, nein, nein. Nur viel Präs. Nur viel Präs. So, genau. Und dann immer auf Browse. Und das, genau, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Das geht heute irre schnell. Aber das liegt einfach daran, dass halb Amerika und die Welt noch schläft. Und in Deutschland ist gerade mal morgens. Und genau, dieses Loading Levels. Und das kann einen manchmal ziemlich, ziemlich nerven. Das ist jetzt auch für die Leute, die sich dann den Rest noch antun wollen. Oh, das ging schnell. Nice. Okay, so. Dann geht es weiter. Oh, nein. Schon wieder ein Gravity Level von Rocks. Das geht dir ja. Ne, Moment, 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 Moment. Ich habe, ich muss weiter nach oben. Äh, unten. Genau, hier. So. Dann geht es weiter mit Q01. Paluten-Mix. Hey, Paluten. Hier ein kleiner Mix, der dir, glaube ich, gefallen wird. PS. Leider habe ich deinen Livestream verpasst, weil mein PC an dem Tag den Geist aufgegeben hat. PS. Bitte. Den Anfang nicht ernst nehmen. Was ist da los? Paluten. Na. Wenn ich. Da habe ich ja schon wesentlich größere Beleidigungen von euch empfangen. So, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ah, verdammt. Okay, wir müssen hier irgendwie über ungespielt rüber. Komm schon. Oh, nein. Verdammt. Bitte. Jetzt spring noch nach. Ich weiß. Was ist. Ich verstehe das nicht. So. Endlich. Penis deiner Mutter. Okay. Ich weiß ja nicht, was bei deiner Mutter so los ist. Oh. Oh. Aber meiner hat keinen Penis. Da musst du was falsch verstanden haben. Ich würde mal. Ich würde mal lieber nachfragen. So, komm schon. Nichtsdestotrotz. Oh. Bonkers. Ey. Komm schon. Das ist das. Ich verstehe manchmal nicht, wieso ihm dann einfach die Beine wegfliegen. Das ist mir auf jeden Fall ein Rätsel. Oh, warte. Jetzt können wir doch. Direkt über den Penis deiner Mutter springen. Okay. Wir haben es nicht geschafft. Verdammt. Komm schon. Jump. Falsche Richtung. Nach vorne. Nach vorne habe ich gesagt, Kollege. Na. Was machst du denn? Ich verstehe das nicht. Wenn man einfach nach oben drückt, dann. Genau. Dann müsste er einfach so springen. So. Zack. Ein bisschen Wiggle, Wiggle, Wiggle. Ah, nee. Wir nehmen Schlangentechnik. Und jetzt Wiggle. Nein. Wiggle, Wiggle, Wiggle. Wiggle, 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 Wiggle. Warte mal. Äh. Komm schon. Oh, da ist der Victory. Da ist der Victory. Komm schon. Und jetzt. Schlang. Nein. Ey, ich werde das jetzt nicht nochmal spielen. Sorry. Sorry, Unqueue. Aber was? Dein Gott. Ich werde nicht mehr. Ich werde wirklich nicht mehr. Das ist mehr. Wir sind doch. Ja, okay. Wir sind auf unserem Kopf gelandet. Okay. Aber. Okay, so das letzte Paluten Pointer 2 von Duff Beer. Moin Paluten. Mir war ein wenig langweilig, aber du schaffst es sicher auch. Okay. Geht's hier? Ähm, okay. Ist jetzt hier oben gleich ein Victory oder was? Ich hoffe mal. Oh, yeah. Ich habe doch schon Z gedrückt. Was ist denn hier los? Moment. Nein. Dreh dich. Kollege. Nein. Ach. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Okay, man hätte es einfach so machen müssen. Ich dachte, wir mussten abspringen. So, dann lehnen wir uns nochmal zurück. Die Nase juckt auch schon wieder. Für all diejenigen, die das furchtbar interessiert. Ist natürlich auch mega. Oh, da haben wir uns gerade den Kopf gestoßen. So. Ey, dieses Spiel. Und dann verlieren wir einfach mal eiskalt unsere Beine. Ja, weil ich komme doch da jetzt gar nicht. Oh, man. Happy Wheels. Jetzt spring doch. Genau. Oh, ja. Und Z-Riff. Bitte überlebe. Bitte. Einfach nur der Victory. Ich weiß nicht. Ach, kaum wisst ihr was, Leute. Aber was soll ich denn da jetzt machen? Ganz ehrlich. So, Leute. Ey, dieses Spiel ist einfach so korrupt. Das gibt es nicht. Nur gut, Leute. Das war es auf jeden Fall für heute mit Happy Wheels. Ich wünsche euch allen wie immer noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Leute. 害yes. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.